Polizei! Heid! Polizei! Papiere! Autoabstell! Schlafen Sie mich einmal an! Haben Sie was getrunken? Null! Nein, dass ich nicht lüge, gestern Abend drei halb. Steigen Sie einmal aus! Na ja, zweimal kann ich ja nicht aussteigen, weil sonst müsse ich ja noch einmal aussteigen dazwischen. Gestern Abend, das ist lange her, da kann nichts fehlen. Bitte nehmen Sie Platz! Wir werden ja sehen! Sehen Sie, wie hilfsbereit ich bin? Ja, da fehlt sich gar nichts, Herr Wachmeister! Herr Wachmeister, was ist das? Schwimmt dieser nunter und geht mit A, B auf! Amt ist Amt! Wenn Sie während meiner Arbeit unbedingt Ihre Witze loskriegen wollen, dann kann ich Ihnen das nicht benehmen. Aber seien Sie sich darüber im Klaren, dass Sie durch Ihr Verhalten meinen Verdacht auf Betrunkenheit, den ich habe, den ich habe, verstärken, verstärken! Herr Wachmeister, was ist das? Schwimmt auf der Isau und geht mit B, A ist ein blau. Und geht mit Z, B, A ist ein zwei blau. Herr Wachmeister, geht mit B, A ist ein blau. Herr Wachmeister, geht mit B, A ist ein blau. Herr Wachmeister! Ich habe Durst. Durst, Herr Wachmeister. Ich gehe mit FC Durst am Fuss, Herr Wachmeister. Herr Wachmeister, lauter blau. Herr Wachmeister. Jetzt bist du dran. Und ich gehe mit dem Schiff hin. Ich gehe mit B, A ist ein blau. Herr Wachmeister. Ich gehe mit meinem Schiff hin. Oberginger. Sie sind total betrunken. Ihren Führerschein behalte ich. Was? Ich? Betrunken? Und am Führerschein behalten Sie? Das dürfen Sie nicht glauben. Ja, gut, das ist in Ordnung. Hey, was ist jetzt das? Ich glaube, mir hat ein Schnacker gesagt, ich soll es ganz rot. Sie bleiben hier, bis der Sanitätswagen kommt, den ich anfordern werde. Eine einfache Methode haben Sie.